Weil ich jetzt schon wieder so aggressiv nervös bin, Alter. Die ersten Nippelsprünge sind irgendwie die schwierigsten. Willst du mich raschen? Komm, Hull. Also, ich rage ja sonst nie, ne? Ich bin ja immer eigentlich total ruhig. Aber Adventure-Maps, Alter, die lassen in mir den Hulk rauskommen. Alter, willst du mich... Jetzt mach das, Alter. Ja, klar, spring einfach drüber. Mach doch einfach mal. Springen am besten gleich zehn Blöcke weit. Ich mache mal... Den ersten Sprung mache ich mit anhalten, dann den Rest durch. Dann ist es am leichtesten. Ich spring manchmal sogar zwischen die erste Plattform und den ersten Sprung. Einfach durch. Als wenn das irgendwie 50 Blöcke auseinanderliegt, obwohl es nur einen Block auseinanderliegt. Alter Korf, unsere Tode. Ja, guck mal, meine Tode an, Alter. Und ich bin noch nicht mal weit gekommen. Loll, der Sprung ist echt voll weit. Ich glaube, man kann abkürzen. Mann! Wie abkürzen? Man kann von dem einen Nippel auf den anderen Nippel springen. Echt? Ich glaube schon. Oder auch nicht. Nein! Weiß nicht genau. Boah, Alter. Nee. Warum machen die denn so einen verkackten Einzelsprung dahin am Anfang? Bei dem verkack ich wohl. Man kann abkürzen. Aber dann ist es schwer, auf die Leise zu kommen. Ja, vor allem ist es voll schwer. Du musst erst voll spät abspringen. Ja, das geht eigentlich. Du musst einfach nur durchlaufen. Boah, dieser Einer-Sprung am Anfang. Ich laufe da so oft einfach nur runter beim Einer-Sprung. Ja, ich auch. Oder ich springe genau dazwischen. Ja. Wie so ein behinderter Mongolit, Alter. Nein, schon wieder. Mann. Wir haben hier bei uns echt einen Mongo-Wohnen, ne? Also die heißen ja eigentlich so, ne? Ich weiß nicht, nennt man die wirklich so? Mongo? Ist das der Fachbegriff? Ich meine Mongo, Alter. Wie heißen die denn? Ach, mit Down-Syndrom heißen die, ne? Ja. So einer wohnt bei uns. Echt? Der steht immer, wenn ich von der Arbeit komme, fahr ich mit dem Roller an ihm vorbei. Der steht dann da und wartet auf seinen... Ich glaube, das ist ein Behindertenbus, der den abholt. Entweder fährt er zu so einer Behindertenwerkstatt oder zur Schule, ich weiß es nicht. Fick dich doch, du dreckiger... Lump. Okay. Aber diese Abkürzung schaffe ich jetzt locker eigentlich. Soll ich dich weiterquälen oder Ende machen? Ja, mach Ende, Alter. Warum solltest du denn warten? Keine Ahnung. Nimm doch auch mal was Lerns. Aber jetzt wollte ich... Weißt du, wie ich es gemacht hätte jetzt mit dem langen Sprung auf die andere Melone? Einfach in einen. Hab ich auch kein Set gemacht. Ja, das ist mir jetzt erst eingefallen. Oh nein, Wonderlands. Kennst du das? Das haben wir doch angespielt. Ach ja, voll geil. Ne, mit dem Kuchen verscheißen. Da war ich voll weit, Alter. Du bist ja nicht so ein Sneaker, ich schon. Also ich mach ja immer Schrift nach jedem Sprung eigentlich. Ja, das ist nämlich genau die richtige Map für mich, weil ich... ...genau so springe, wie ich sonst immer springe. Also springen kann, wie ich sonst immer springe. Das war blöd. Alter, man darf nicht in einen springen, glaub ich. Ja, doch, am Anfang hab ich's gemacht. Loll. Ich wollte gerade schon wieder abkürzen, aber nur aus Versehen. Hä, wie am Anfang hast du das gemacht? Die ersten beiden Sprünge, ja. Ja, okay. Beim Sprung vor dem roten Baum mach ich es. Äh, halt dich an. Loll. Achso, ich hab ja hier gar keinen roten Baum. Bist du hier von ganz oben auf den anderen Baum gesprungen? Keine Ahnung, was ich weiß. Nein. Immer bei diesem scheiß Sprung. Loll. Ich dachte, ich komm drauf. Wie machst du das denn mit einmal, ohne anzuhalten? Ich sprinte mittlerweile so schnell schon. Wenn du zu weit springst, dann musst du immer... Ah, ich hab's. ...so schräg mit der Maus. Ich hab's nicht ganz so weit. Ich hab's denn gekommen. Hinbekommen. Oh, es war falsch rum. Oh, leck mich doch am Arsch. Nein, 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 ganz ruhig. Ganz ruhig bleiben, Martin. Und damit meine ich nicht dich. Du brauchst nicht ruhig bleiben. Nein! 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 Alter, wie assi. Wow. Alter, wie krass man manchmal nur an der Kante vom Kuchen aufkommt, ne? Mhm. Alter, ich hasse den Map-Ersteller, ne? Ich war so weit und da kommt noch so ein Sprung, den man so 5% oder so schafft. Ja, ja. Ja? Der geht vier Blöcke und man muss noch gerade so an den Rand da kommen. LOL! Alter, wenn man an den Rand kommt, ne, und dann einfach weiterläuft, dann wird man irgendwie, hab ich das Gefühl, voll schnell. Weil du weitersprintest. Alter, war das knapp, Alter. Hier müsste ich einen Counter einbauen, wie oft wir Alter sagen. Aber das wird ein bisschen viel. Alter, bei jedem Let's Play. Naja, stimmt, ehrlich. Hab gerade schon wieder Alter gesagt. Alter. Alter! Nein! Boah, ich hab keinen Bock mehr, Alter. Oder wie oft ich... Mach! Nein! Boah, Mann! Leute, ich hatte gerade hier so ein... Mein Bildschirm hat immer hin und her gewackelt, irgendwie beim Sprinten. Geil. Nein, Alter, keinen Bock. Alter! Aber jetzt, wenn du das nicht schaffst, Alter, dann schafft es gar keiner von uns. Und ich hab schon wieder Alter gesagt. Nein! Was ist denn das? Ich komm nicht mehr auf den zweiten Baum. Alter, das gibt's doch nicht. Du hast Alter gesagt. Ja, fick dich. Boah, das ist doch... Vor allem ist es so richtig ätzend, dass man wieder von vorne anfangen muss. Egal, wo man ist. Wenn du so ganz doll auf die Tasten haust, dann geht's nochmal besser. Ach so. Ist echt so, bei mir schon. Ja, ja. Deine Tasten sind nämlich drucksensitiv, ne? Wenn du doll auf Leertaste drückst, springst du weiter. Ja. Dann spring ich irgendwie mal genauer. Hört man das? Ja, ein bisschen. Hört mal lauter als deine Stimme, glaub ich. Nein, Mann! Ich hab gestern mal wieder Terraria so aus Langeweile gespielt, ne? Und da hatte ich keine Rüstung und dieses komische Kurzschwert, kennst du doch, ne? Ja. Wo man einfach so nach vorne piekst. Und da war ich in so'n Gang nachts und da kamen Zombies, ne? Alter, mir hat so mein Finger wehgetan vom Mausklicken. Die haben auch nicht aufgehört, die sind immer weitergekommen. Als wenn irgendwo eine Zombie-Königin rumgefickt hat und immer wieder Babys rausgeploppt sind. Boah, jetzt bin ich beinah runtergelaufen. Ich stehe jetzt bei der Leiter, falls ihr das was sagt. Ja. Ich war am Ende von den Wolken. Was ist denn das für ein ätzender Sprung hier? Da, ähm, am Ende von den Wolken, ne? Da ist es vorbei, ey. Kann ich das so machen? Ja, ich glaub schon. Boah, Alter, wie vorsichtig ich das hier bei den Wolken mache, obwohl... Ist er eigentlich gar nicht... LOL! Der ist assi, ne? Der erste Sprung zu den Kuchen, meinst du? Ja. Alter. Bist du runtergefallen? Ja, ja, normal. Normal bin ich runtergefallen, was denkst du denn? So. Nein! Zu weit gesprungen. Richtig hingesetzt, jetzt geht bestimmt wieder. Richtig hinsetzen am Arsch. Ich sitz voll wie so ein Est hier. Na? Bin hoch konzentrated und so. Aber jetzt macht's auch Spaß, weil das länger dauert. Fick dich. Wir müssen mal wieder eine richtige Adventure-Welt spielen, Martin. Ne Parcours mit. Ja, das blöde ist, da muss ich mal voll auf dich warten. Fick dich! Ist so. Du musst auch mal auf deine Mutter warten, bis die kommt. Weil ich viel schneller bin als die. Geil. Steckst ihn rein, fertig, ne? Erster! Sag ich denn. Da bin ich immer erster, komischerweise. Warum klappt das hier nicht? Jetzt bin ich mal im ersten Sprung. Ja. Ja. Achso, für die Zuschauer mal so erwähnt. Ich hab keine Ahnung, wie Martins Mutter aussieht, aber das ist mir scheißegal. Wo bist du runtergefallen? Letzter Sprung vom Ziel und der war so leicht. Der war so leicht. Ah. Da hast du ein bisschen Schiss gekriegt, ne? Ich bin nicht abgesprungen. Ne, du musst es noch mal wissen, ey. Was? Wie sie aussieht. Nicht mal. Was denn? Ich hab jetzt gar nichts gehört, weil Tobi schon wieder so leise ist, Alter. Martin macht ja mit Tüte eigentlich. Fuck! Was? Wovon redet ihr denn gerade? Ich hab Tobi nicht gehört. Was hat Tobi gesagt? Was hast du gesagt? Jetzt redet der gar nicht mehr, oder was? Ne. Du musst langsam mal wissen, wie die aussieht. Wieso? Du warst schon oft genug dauernd. So, wie ich mit ihr Sex hatte, meinst du? Ja, die hat immer so eine alte Tüte über den Kopf. Willst du dann wissen, dass die es ist? Der, weil die gesagt hat, ich bin Madis Mutti. Ich bin richtig fettige Birking-Tüte, Alter. Alter! Ey, bist du behindert? Warum? Einfach so. Alter, du... Wenn du auf die Kante kommst, nur und dann auf den Kuchen raufläufst, dann wirst du richtig schnell auf einmal. Oh mein Gott, schon mal bei dem Sprung nach den Wolken. Ey, da komm ich immer so weit, sonst schaffst du es irgendwann. Das wäre schon krass von mir. Wieso schaffe ich das denn nicht auf den... ...verklackten Dricks? Nein! Boah, Alter. Du hast dich gefreut wegen dieser Map, Alter. Warum machen wir das eigentlich, Martu? Wir sind ein Mensch. Keine Ahnung. Wir sind so schlecht und nehmen das auch noch auf. Du bist schlecht. Ne, du bist ja auch schlecht. Ja, gerade schon. Ich glaube, gegen einen richtigen Adventure-Mapper hättest du keine Chance. Adventure-Mapper? Adventure-Mapper. Na, Mann. Alter, mir tut schon die Augen wie, weil ich mich so krass auf den Bildschirm konzentrieren muss. Tut mein Daumen richtig wie ich. Ich kenne das in der Hornhaut gleich, Alter. Nein. Off! Dein Daumen tut irgendwie wovon? Von der Leertaste? Ja. Aber die tippe ich immer nur ganz kurz an. Oh, Mann. Ich bin so in der Power dahinter. Mein stinkte Finger tut mir eigentlich wie, weil ich damit auf W drücke. Ich springe am meisten so... Oh, jetzt habe ich einen Doppelsprung gemacht. Oh, Idiot. Ah, einen Doppelsprung. Naja, hier so ein... Ne? Sprintsprung. Bei einem einen Block breiten Lücke habe ich das gemacht. War ein bisschen blöd. Nein, Alter, ich hasse die Map. Ich hasse sie. Ja, ist doch nicht so schlimm. Ich hasse Tobi auch und telefoniert trotzdem an Daumen mit dem. Oh mein Gott, ich hasse... Nach dem, äh... Nach dem zweiten Baum, ne? Da kommen zwei, drei richtig assi Sprünge. Boah, ja. Bei denen war ich gerade. Nein! Der ist nicht gesprintet! Dieser kleine, dreckige Bastard ist nicht gesprintet. Oh, ich muss leise sein, glaube ich. Wie spielt ist denn das? Ähm... Halb eins. Oh, okay. Ich habe keine Ahnung, wie lange meine Nachbarin wach ist, aber auf jeden Fall... Bis drei. Bestimmt. Bis zu meiner Zwangsrennung muss sie auf jeden Fall wach sein. Ja. Anders geht gar nicht. Nein! Achso, was machen wir mit dem Download, wenn meine Zwangsrennung ist. Hoffentlich startet er nicht von vorne.